Okay, ich bin nochmal für kleine Strahlen mit Gästen vorgegangen und das ist hier so die Innenstadt. Die fahren nicht ganz nett. Hier sind kleine Schott. Und sie haben die alten Häuser gelassen und die Fassaden. Das ist wirklich nett. Okay, ich bin auf meinem Weg zurück zu unserem sleeper Spot und ich werde das kleine Spirat aus dem Davenport gehen. Und dann geht es nach dem Weg. Und dann ist das wo wir gehen in zwei Tage wieder. Ja, jetzt gehe ich erst mal zurück von Devonport City auf dieser kleinen Fähre und werde zum Schlafplatz fahren und da gehen wir jetzt in zwei Tagen wieder rauf. So, jetzt sind wir hier drin. Von der Ferry her. Wir sind in Latrobe, ein schönes, 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 schönes Stadt. Und wir gehen nach in den Kursen und Kürsten gesagt, es war so schön in der Kursen. Wir wollen uns mal gucken. Die war schon mal hier und es ist supposed to be really beautiful inside. So, wir gehen und haben einen Lauf in der Kursen. Und Kürsten sagte, wir gehen hier und haben einen Lauf. Es ist ein bisschen ein Wunderland. So, Kürsten kann bestimmt eine Stunde hier drin bleiben. Es gibt aeroplanes, you name it. Auch wenn ich einen kleinen Kleinen klemm恥 experiencing. Auch wenn ich einen Wunderland habe. Ich glaube schon, er schliess mich wieder ehrlich. Ich mache ihn wiedere parts. Was ist in Schutz? Ahog. Oh, look at this! What an awesome shop! How cool is it though? How cool is it though? How cool is it? How cool is it? How cool is it? Und der Troll, Tassie Tiger, Tassie Dill, sehr gut gemacht. Ich habe eine andere verrückte Frau, vor allem in Tasmanien. Das ist das, was passiert mit Tasmanien. Wir haben hier einen guten Blick auf der Troll, und wir haben hier eine große Platypus aus dem Tourist-Informationen. Hier ist ein großer Platypus. All right, dann gehen wir nach dem Van, und dann gehen wir nach Devenport. Dann gehen wir nach Devenport. Und dann werden wir bereit sein, um die Irlande morgen morgen. All right, talk soon. Dann sage ich auf Deutsch. Du willst anfangen? Oder ich? Nee, du fängst dran. Wir sind jetzt schon unterwegs. Ich habe den kleinen Magik-Button. Wir können stoppen und wir können starten. Hi guys! Wir wollen ein kleines Fazit machen von Tasmanien. Wir sind ja jetzt fertig mit Tasmanien erstmal. Das ist unser letztes Tag. Wir sind in Devonport. Und morgen morgen. Was ist das? Was ist das? About 8? 8. Wir brauchen nur 10 Minuten. Ja. Für die Ferry. 10 Minuten bis wir an der Fähre sind. Genau. Und wir gehen auf der Ferry. 10 Stunden später sind wir in Melbourne. 10 Stunden später sind wir in Melbourne. Ja. Und dann müssen wir 2 Stunden nach links fahren. Um zu einem freien Camp außerhalb von Melbourne zu fahren. Ja. Also wenn wir dann von der Fähre runterhüpfen dann morgen Abend, dann müssen wir nochmal 2 Stunden fahren wahrscheinlich. 1,5 bis 2 Stunden. Bis wir dann zum nächsten Schlafplatz sind. Ja. Aber. Ähm. Nichtsdestotrotz. Wollen wir jetzt mal sagen, was uns so... Was uns gefallen hat und mich nicht. Was ist das? Let's speed it up a little bit. Speed it up. Speed it up. Das dauert ewig. Okay. Äh. Straßen. Oh. Ich bin ja gefahren die meiste Zeit. Was weiß ich. Wir sind gefahren. About. At least 6000 Km. Aber 6000 Kilometer mindestens gefahren. Zick zack hoch runter. Rauf runter links rechts und hin und her. Ja. Und Straßen. Straßen. Ja. Die meisten Straßen sind. Well. Ähm. Warst du Englisch? Du warst Englisch. Ich mach das Englisch dann. Ja. Es war einfach schwer zu gehen. Das sind die Straßen, die wir sprechen über. Das ist die Top Part des Tasmanien. Alles was man da sieht. Everything you can see. Das ist die Top Part. Das war mal eben die obere Hälfte von Tasmanien, die wir gefahren sind. Ne. Diese, diese, diese grellen, pinken Streifen. And that's the bottom part. Und das sind wir alles gefahren hier in Australien. Äh in Tasmanien. Und die meisten Straßen hier, was, was Australien an geraden Straßen hat, hat Tasmanien an kurvigen Straßen. Ja. Und schlechten Straßen. Und dünn, schmalen Straßen. Ja. Englisch. All the edges are missing. A lot of the edges where you can get into the grooves. And it's really, like... And they're not as wide. No. They're pretty narrow. With motorhomes and logging trucks everywhere. Ja. And mad drivers. And... Tas... Tas... Tasmaniacs. Tasmaniacs haben wir sie getauft. Tasmaniacs. Tasmaniacs. That's our name for them. They can't park. No. They can't drive. And they can't drive that well. No. Otherwise, what have we got? Okay. That's the... Das sind die Straßen. Zu den Straßen. That's just about the roads. Okay. Mücken. Mücken. Klima. Klima. No sweating. Wir haben nicht geschwitzt. No sweating. Like... Was für einen guten Sommer wir hier hatten, ne? Like... That's insane. Even I had to mix. Oh. Also ein toller Sommer. Keine... Keine Feuchtigkeit. No humidity. Ähm... Keine... Mücken? 90% no mozzies. Na. Nicht, dass wir sie irgendwie encountered haben, ne? No. No. It's already been three and a half minutes. We have to get this thing going. Yeah, 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 yeah. Das war... What is cities? Favorite city? Oh, Launceston. Bei weitem. Mom's gonna go Launceston. Bei weitem. Yeah, I'll probably have to go with Kirsten. With the cities. I would... Favourite cities? Launceston. Favourite small city? By a mile. Small one? Outlands. Ooh. Outlands. That was a really... That was a really small city. And really pretty. Oh. Yeah, there's a few. But... Winyard. Winyard. I would say, yeah. A few nice ones. Infrastructure. Like parking, sleeping. Parking, sleeping. Awesome. Oh, awesome. Kann man nicht besser haben hier, ne? Also, die wenigen Male, die wir bezahlt haben und was wir hier bezahlt haben, das können wir an den beiden Händen abzählen. Und ja, wir waren immer in drei Monaten hier. Also von daher... In 11 weeks, if we pay 200 bucks for sleeping, that'll be a lot. That's the most. Great stuff. Five bucks, ten bucks. Have a drink at the pub. When you sleep behind the pub, you can just have a drink. Best stuff. Also, da kann Australien sich eine Scheibe von abschneiden. Yeah, mainland. Kann sich da was abschneiden von. Yeah. Weather itself was good. Oh, weather was klasse. Very windy. Immer Wind. Constant wind. Immer Wind. Immer Wind. Aber das ist auch nicht schlecht gewesen, dass der Winter war. Wahrscheinlich wegen der Mücken und der Fliegen. Oh, I don't know. It's just windy. Constantly. It's just now too. It's just blowing. Es ist windig. Ähm. Immer mir hat das Klima super gefallen. I love the climate. Yeah. Love it. Ähm. But otherwise, overall, it was a very good holiday. Like, excellent, everything. Yeah. Äh. Die Tasmanier sollten vielleicht ein bisschen mehr auf ihre Müllprobleme achten. A lot of rubbish. Mhm. An der Straßenseite haben wir immer gesehen. Selbst in den ganz, ganz remote Sachen da, wo wir draußen waren. Coke cans. Überall Müll. Plastik. Müll. A lot of rubbish. Schrecklich. A lot of rubbish around. Yeah, they should look after that a bit better. But otherwise, um, yeah. So, overall, good holiday. We'll be back. Don't know when. Super Urlaub. But I think we're gonna come back. Because of, just because of the weather. No? Kirsten likes the weather. I do. So, swimming. Bleh. Oh, du warst dreimal schwimmen. I went swimming three times. It's just. Ich war anderthalbmal. Yeah. It's just cold. It is, it is cold. I have to admit, it's, it was probably 17 degrees. 16, 17. Yeah, war kalt. Yeah, that was. Ich hab's nur anderthalbmal geschafft. Yeah, so when we get back home, it'll be way better than that. Even when we get to the mainland and up the east coast, it'll be way better than that. Okay, what are we up to? Six minutes. Yeah, that's enough. Otherwise, it gets boring. Okay, now I take my shirt off. No, I don't. Okay, I thought I'd take my shirt off. Oh, und noch eine große Sache für Tasmanien. Also Sportfazilitäten und Spielplätze. Oh. Selbst in den ganz kleinsten Orten. Super, top, also klasse, ne? For kids. Kann sich das Mainland, das Festland auch eine Scheibe von abschneiden. Ganz toll. Sportfazilitäten, everything was insanely... ...very well. Und alles auch so super gepflegt und, ne? Du wackelst jedes Mal, wenn du dein Bein schließt, every time you slap your leg, oder slap me. Ja, das musst du ja nur erzählen. Nein, das brauchst du nur erzählen. So, ja. All good. So, okay. Stay tuned. We'll be in Melbourne the next couple of days and we'll be posting the next video would be somewhere from a national park down south. Nächstes Video kommt, ja, wenn wir drüben sind und vielleicht so Mitte, nächste Woche. Laufe der nächsten Woche. All right. And this will be possible when we're back, obviously, when we're back on, that'll be Sunday. Alrighty. Good. Take it easy. Bye. Peace. We love you all. Love you all. Each and every viewer. Yeah. Hugs and kisses. All the 25 subscribers. We love them. Stay tuned. Bye. Tschüss.